Die Kollegin ist schon wieder weg. Jetzt eine neue Folge. Brassass! Also entspannte Solo-Runde. Aufmachen! Ich habe vorhin ein Video gemacht mit 15 Minuten. Aber ich bin so gescheit. Ich habe es gelöscht. Ich bin auch gescheit, dass der Mensch... Das stimmt! Max, du kannst auch weggehen. Au! Ich lachs echt illig. Also, Max hat gerade Polstof mitgeschmissen. Das ist ja auch normal. Und macht einen guten Sitz. Ich gebe ihm ein bisschen Backpfeife. Ich gebe ihm immer Backpfeife. Okay, ist auch normal. Ey, jetzt gibt er mir Backpfeife. Sorry, Leute. Ich muss gleich ein Folgendesjagd machen. Dödel Mike, Hashtag... Ey! Das ist YouTube, du Lied. Ich gebe dir gleich Backpfeife. Ey, wenn ich jetzt wegen dir sterbe, ich schwör... Ey, das ist voll dumm. Ich schwör, ich gebe dir was zu Backpfeife. Sorry, Leute. Bei mir ist so ein Dödel. Hashtag Dödel. Ich verfolge ihn jetzt. Din, 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 din. Au! Aua. Ne, ich will pissen. Ich laufe vor meinem Freund. Sorry. Ah! Hashtag Easy Clips. Ach, Leute. Was mache ich denn hier? Hashtag Easy Clips. Hashtag Maxis Dully. Warte, wie ist nochmal denn... Sag mal dein Ding. Ja, meine Grauen heißt halt Sven, denn... Ich werde ihn noch ändern auf Lucky Boy. Ja. Und du kannst schon wieder Likes. Ui, ich habe echt eine Karotte, da gehst du in die Kommentare, weil ich helfe ihn gerade. Ja, da liegt es schon fünf Jahre. Und, ähm, lass bitte ein Abo und, ab und, ähm, und Ding. Und bei Akkule, wie hat die Glocke? Ja, auch schon spannend. Ich weiß nicht, was hat der Motus gesagt. Oder der Scheißboxer. Ja, weiß ich auch nicht. Der Scheißboxer. Ja, dann stirbt halt er in der Sonne. Interessant. Oh, nee. Ich habe mich gerade so gefreut. Der Scheißboxer stirbt gleich. Jetzt kommt so ein Dödel. Ähm, oh. Kami, Kami. Wuhu. Kurz ein Roboterabstand. Juhu. Alter Scheißboxer ist schon mal down. Ich bin auch gleich down. Und schon. Easy back, easy back. Und ich muss schon wieder weiterlaufen. Oh nein. Leute, 10 plus. Sorry, es ist gerade eine Verfolgung hier. Wenn ein vierjähriges Kind verfolgt mich. Sorry, Leute. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Ah, jetzt muss ich an Schuhe. Leute, also lassen wir mal ab und dafür ist eine neue Runde. Aha, und dann scheiße jetzt die Bucke. Sorry, Leute. Wenn ein vierjähriges Kind hat Box und Schuhe. Nein, 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 bitte nicht. Jetzt schlau. Mit dem Box. Du Scheißboxer. Ich bin eigentlich Lucas coment. Und du kannst du mal abzudeln. Das ist ein schlau. Ich hab drei Abos und da liegen vor nur einen. Der ist von mir. Ich hab wieder ein Abo und einen Punkt von Ihnen. Und irgendwelche Psychopathen auch ein Abo sehen. Alle de-abonnieren sind schwarz. Alle abonnieren. Und Hashtag Scheißbox in die Kommentare. Und in meinen Liebenlieben. Wenn ihr wollt, dass ich Scheiß werfen möchte. Also Leute, Max ist... Ach egal. Ähm... Okay, der Volk ist ja, geht weiter. Aua! 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 Also Leute, der Babygagaguga ist gerade verrückt. Aua! 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 Ich hab mich eingesperrt, Leute! Ich hab mich eingesperrt, Leute! Leute, ich hab mich eingesperrt! Wer hat sie das? Ach... Ist entspannt, Leute. Ich hab's gewissen. Falsch, das ist so... Ein Gugu. Du... Er fälligt, oder? Er fälligt, oder? Ich mach auf, wenn du aufwirst. Ich hab aufgemacht. Max, ich hab aufgemacht. Ich hab aufgemacht. Mach's so, Dad. Ich hab aufgemacht. Ich hab aufgemacht. Ich hab aufgemacht. Max, das machst du nicht. Ich hab aufgemacht. Ey, es kommt ja noch mit dem Scheisschwert. Mit dem Scheisschwert. Leute, bei 5 Abonnenten zeig ich, wie alt ich bin. Okay, Leute? Dann zeig ich, wie alt ich bin. Und falls ihr... Ähm... Ich bin gerade gestorben. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Also, Leute. Ich würde mal sagen... Schau... Tun wir vielleicht noch ein bisschen TikTok zur Abwechslung. Und dann... Ach du... Ja, wenn ich... Er hat doch ein bisschen TikTok. Ja, wenn ich dann einfach mal 2.000 Gems aufladen. Ja, normal. 2.000 Gems! Ja, Leute, was geht... Ich will schon ein bisschen TikTok. Leute, auch entspannt. Und dann... Tschau... Ich zum nächsten Mal. Und dann...